1, 2, 3, 4, wo ist Nummer 5? 1, wieso habe ich 5 Verletzte? Alter, verarsch mich nicht. 1, 2, w-w-w-w-wo habe ich 5 Verletzte? Kann ich den doch auseinandernehmen? Ne. Wo habe ich 5 Verletzte? Mir fehlt ein Verletzte. Hä? Ist der rausgeschleudert worden oder so? Da auf der anderen Seite. Wieso habe ich... Ihr seht das hier unten, ne? 5 Verletzte. W-w-w-w-wieso? 1, 2, 3, 4. Kann ich nicht zählen oder wieso habe ich 5? Ich glaube, ich kann nicht zählen. Das ist der einfache Grund. Wieso kann ich nicht zählen? Das erklärt mir mal eine. So, du kannst deinen Lichtmast nochmal ausfahren, bitte. Du hast keinen, ne? Nö. Minusens etwas Gutes, was er hat. So, ein bisschen ausleuchten. Oh, sogar... Alter, ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Blendfrei ist das nicht gerade. Du, dreh dich mal ein bisschen so vielleicht. Und blendet das denn weniger? Äh, äh, so. Ja. Ähm, mach ihn aus. Es blendet weniger als überhaupt. So, Rettungsdienst ist da. Denn als erstes der Notarzt nach hier. Die Notärzte beim Bitte weiter hinten stehen. Das vierere Auto macht nochmal sein Licht aus und wird einmal umgeparkt. Und zwar nach hier ist doof. Und zwar nach hier ist doof. Schön. Nach da, bitte. Du auch nach da. Geil, ich freue mich ja ein bisschen, dass hier alle leben, ne? Wollte ich bloß mal so gesagt haben. Du machst dein Licht auch nochmal aus. Jetzt machst du dein Licht an. Und zwar in die Richtung. Weil es ist nicht mehr ganz so hell. So, du machst dann dein Licht auch wieder an. Und zwar in die Richtung. Und dich parke ich einmal um. Und zwar nach hier. Damit die RTWs sich nämlich nachher schön aufstellen können. So, absetzen. Du stehst falsch rum auf der Autobahn. Ah, halb so weit. So. So sieht's gut aus. Bisschen Blaulicht. Äh, Koffer. Koffer. Eins, zwei, drei. Sehr schön. So, eins, zwei, drei. Könnt auch allesamt Ruff fahren schonmal. Du kümmerst dich um den schwerverletzten Jungen, dem wir aber das Leben gerettet haben. Wow, ich freue mich voll. Ich freue mich voll. Ich freue mich voll. So, du nach hier. So, sie gucken, dass ich in der richtigen Reihenfolge abtransportiere, ne? Du nach hier. Hallo? So. So. Und du nach hier. Sehr schön. So. Wundervoll. Ich will mal kurz ein bisschen cineastisch. Ich überfliege das mal so. Sehr schön. Wundervoll. Wundervoll. Sehr geil. Gefällt mir. Das hilft mir. Sogar. So. Eins, zwei, drei. Den steigt ihr immer aus. Ihr kümmert euch um den LKW-Fahrer. Ich würde aber gerne wissen, wo der denn jetzt noch einen herkriegen will hier. Ich habe echt keinen Plan. Wie geht es dem eigentlich? Achso, kann nicht transportfähig gemacht werden? Der ist transportfähig. Den kümmert ihr euch erstmal um den. Hol dir mal bitte eine Trage. Ja. Weil wäre natürlich ganz geil, wenn ich den direkt ohne Notarzt mitnehmen kann. Ja, eins hat es abgebrochen, ich weiß. Aber jetzt muss ich mal ganz schnell reagieren, bevor hier irgendwas passiert. Eins hat es stopp. Weil das sind halt die Standardzeit, also die Zeit bis zum Abbruch. Das ist, das kann man nicht ändern. Das ist die Zeit vom Originalspiel. Weil daher, dass man zum Abarbeiten dieser Unfälle, sag ich mal, wesentlich länger braucht. Äh, ist das schon doof. So. Sehr schön. So, einmal bitte Trage. Alter, ich sehe hier schon, hier sieht man schon wieder überhaupt nichts. So, und ihr könnt auch mal ein bisschen dichter kommen als erstes. Du nimmst den kleinen Jungen mit. Da müssen wir unbedingt, da mit dem müssen wir ins Hochschulkrankenhaus. Christoph fliegt nicht mehr, also fahren wir. Hochschulkrankenhaus, bitte. Sorry, aber das muss sein, der muss definitiv im Hochschulkrankenhaus. Bleibt nichts anderes übrig. So, und du fährst einmal durch. So. Ab dafür. Fahr doch einfach geradeaus durch. Ja, gut. Achso, das ist der Motor hier. Ich habe gerade gedacht, meine Sirene geht so. So ganz leise im Hintergrund, was? Oh, Alter, ich werde hier schon paranoid. Paranoid. Das sage ich euch. So, dann laden wir uns den noch ein und dann kann der Abtransport beginnen. Voll überdacht, sobald abtransportiert wurde. Obwohl, ich kann ja eigentlich schon mal den Polizisten herholen. Lass doch mal den Blaulicht, bitte, ahnen. Danke. Kann schon mal ein bisschen. Und dann... Ja, wie viele, warte mal, wie viele Säcke haben wir da? Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Säcke da. Dann kommt noch die Bauhof-Crew. Ach, scheiß drauf. Ich hole den... Ich hole den GW Mulde, äh, den Abi Mulde. Welche ist der unaufgesattelte? Er oder er? Ich sehe das gerade nicht. Der Leak ist der unaufgesattelte. Einmal alarmieren. Zur Not hätte ich halt den anderen absatteln müssen. Da ist, glaube ich, ähm, Manf drauf. Der Abi Manf. Fred. Natürlich. So, du kannst schon mal... Ach ja, die Steuerungstaste. Alter, ich roste hier nur aus. Ich roste hier nur aus. Zack. Eins, zwei... Ein blauer Punkt auf der Karte. Ist nicht gut. Braucht... Braucht drei blaue Punkte auf der Karte. Ich habe einen. Na gut. Dann brauchen wir schon länger. So, nochmal neu. Ach so, ich muss nicht da rangehen. Haha, stimmt ja. Zack. Und... Zack. Sehr schön, jetzt haben wir drei blaue Punkte auf der Karte. Passt. Wackelt und, äh, hat Duft. So, ihr legt eure Taschen nieder. Und könnt euch erstmal von eurem... Du, jetzt den Besen. Ach so. Fix hinterher. Du. Feger, du. So, ihr zwei holt euch jeweils einen... ...einen Sack von hier. Und ihr zwei holt euch einen... Oh, meine Steuerungstaste ist kaputt. Ich weiß. Was gibt's? Meine Steuerungstaste ist kaputt. Schon mal anfangen abzubinden hier. Ey, Frauen, bringst mal ne Binde vorbei. Wir brauchen ganz viel Binden. Uiuiui. Anton, dein Humor ist heute schon wieder unübertroffen. Ich sag's dir, ne? Ich sag's dir einfach so. Zack. Und ab dafür. So, zack. Und zack. Und zack. Und zack. So, ihr könnt... Ach. Absetzen wollte ich eigentlich sagen. Aber egal. Na, bau da halt den... Hä, was ist jetzt los? Also. Ich wollte mich grad schon wundern, aber hab ich nicht getan. So, du sattelst bitte einmal den... ...Abi Mulde auf, weil da sind ja unendlich viele Sandsäcke drauf, glaub ich, ne? War das so? So. So. Der hat... Der da hinten hat noch einen Sandsack drauf, glaub ich. So, warte mal. Guck ich mal. Hast du noch Sandsäcke? Nein. Nein. Ah, du hast noch einen Sandsack. So, jetzt sind wir unten los. Hallo, ihr müsst... Ihr müsst... Ihr Helden des Alltags müsst nach hier oben. Kein Bindemittel mehr. Stuh. So. Ab dafür. Wer bist du denn? Oh. Ne, ist doch richtig. Der sah grad so unnotversanitäterisch aus. Ja, ja, ja. So, du holst dir noch den letzten Bindesack. Ob, ob, ob. Ähm. Das teste ich jetzt gleich mal. Hallo, du Held. Hallo. Auf den Weg. Komm mal nach hier oben. Ob die Bindemittel drauf haben? Das würde mich ja mal interessieren. Das teste ich jetzt. Das teste ich. Ah, jetzt sind wir schon... Oh, jetzt sind wir bei... Ja, mache ich drei Folgen draußen. Noch eine Folge. Äh, äh, Unfall würde ich fast behaupten. Joa. Finde ich gut. Dann kommt doch erst am, ähm... Samstag. Eine neue Folge. Jetzt habe ich doch... Also, etwas anderes als Biberfelde, sage ich es mal so. Vorsichtig. Ähm, so. Du fährst jetzt nach hier durch. Und du bist derjenige, der es testen darf? Ja, das ist das. Bindemittel drauf. Ist das geil. Dann wollte ich den Abi Mulde vielleicht doch nicht rufen. Ist der schon unterwegs? Ne. Er hat gerade aufgesattelt. Ja, ja, ja. Dann sind da bestimmt auch nochmal zwei drauf. Weil bis der hier ist, bis der abgesattelt hat. Und so weiter und so weiter, ne? Äh, das dauert wieder ewig und fünf Jahre. Hallo? Springst du jetzt, oder? Warte, ich gehe aus dem Weg. Warte mal, ich mache den einmal weg. Zack. Komm mal her hier. Fahr hier durch. Die, also... Die Abschläfer sind ja sowieso so eine KI für sich, habe ich das Gefühl. Wetten, der passt da nicht durch? Wetten, der sagt, ne, ich passe da nicht durch. Zack. So, dann hätte ich gerne zwei Vorwolleutes. Dich und dich. Die sich da einen runterholen. Ha! Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hallo? Geht nicht. Es ist kein Bindemittel mehr. Okay. Okay, der Mulde muss doch kommen. Oh, no. Oh, hole ich die... Ne, ich hole die Bauhofcrew. Weil hier habe ich dann auch nochmal vier. Und zwei sind nochmal sechs. Weiß nicht, reicht das sechs? Eins, zwei... Könnte reichen vielleicht. Vielleicht und... Äh, Intellent. Vielleicht und eventuell. So wollte ich sagen. Ups. Ups, mein armes Mikrofon. Ich streichle es ein wenig. So. Dann könnt ihr schon mal die... Den Brandschutz zurücknehmen, bitte. Kann Wache vier und drei schon abrücken. Ne, die BF rückt ab. Wache drei übernimmt, weil das da hinten quasi deren Abfahrt ist. Wache vier und so weiter darf der nach Hause. Dann können wir die linke Spur, glaube ich, auch gleich nochmal... Schon mal wieder aufmachen. Weil so ein langer Rückstau... Wunderschön. Das finde ich echt wunderschön, muss ich sagen. Fahr mal durch da. Siehst? Das ist so eine Sache für sich, die Abschleppautos hier. Ernsthaft, das ist eine Sache für sich. Hallo? Mach mir nicht aggressiv. Mach mir nicht aggressiv hier. So, Bauhofcrew ist vor Ort. Aber bitte ruf. Wo ist eigentlich der andere? Ach, da, er ist da. Cool. Vorher aber erst mal... Nein, nicht den Weg versperren. Die sollen erst abtransportieren, bitte. Wo ist denn jetzt der? Aber ich postier den jetzt einmal hier. So, zack. Komm, stell dich da hin. Stell dich da hin. Sei brav. Weil den sollte ja durchpassen, wenn ich ihm schon die Richtung vorgebe. Komm schon. Schaffst du das. Ich glaube nicht. Siehst? Geht doch ganz einfach. Ah, Leute. Aber wenn ich den jetzt aussteigen lasse, ne? Kann der sich Objekt benutzen. Okay. Bevor der nachher zu Hause bleiben muss. Einmal aufnehmen. So. Guten Morgen übrigens. Wir haben es 9 Uhr. Der RW rückt ein. Ich kann schon mal anfangen zu fegen. Gut. RW rückt ein. Das ist gut. Fahrzeug 6. Und BF. LF rückt auch ein. Die 4 darf einrücken. 3 bleibt vor Ort. Und du rückst ein. Wieso sitzt da irgendwer drin? Steig mal bitte in das Auto ein. Danke. Hallo. Warte mal. Lauf mal bitte nach Hause. Weil dann darfst du nach da fahren. Ohne Tamtam bitte. Ah, immer diese Leute, die immer dieses Tamtam brauchen. Schlimm. Schlimm, sag ich euch. Ah, naja. An sich können die gleich so stehen bleiben. Das passt schon. Minus. Den kannst du ablegen. Der gehört hier nämlich, glaube ich, gar nicht rein. Ähm. Einmal bitte normale Klamotten. Und du auch einmal normale Klamotten. So, dann streuen wir das hier jetzt noch schnell ab. Chanel. Chanel-Nummer. Ah, keine Ahnung. Guck mal hier. Und dann gebe ich schon mal die linke Fahrspur wieder frei. Ach du, jetzt fährt er da ja so langsam hin. Ha. Scheiße. Würde ich mal so sagen. Goodie. Genau, du kannst da direkt stehen bleiben. Ist gut. Wenn da noch einer von denen steht. So, dann gucken wir mal. Oh, kommst du bitte rumgelaufen, danke. So, so. Ihr bewaffnet euch bitte mit Besen. Du. Ah, meine Steuerungstaste. Ich liebe sie. Heute schon gesagt. Und du auch. Zack. Holt euch. Zwei Sackbindemittel. Ach ja, so. Wo ist er denn? Wo ist denn jetzt schon wieder der? Was machst du da? Ich würde gerne wissen, wo meine Person hier noch hin ist. Keine Ahnung. Frag. Mich. Nicht. Bitte. Oh, wenn da jetzt ein Sack oder so fehlt. Das wäre so ärgerlich. Ja, es fehlt genau ein Sack. Es fehlt genau ein Sack. Den hole ich jetzt aber die vier, weil die vier ist ja jetzt schon wieder drin. Steigt mal einmal ein. Und einmal wieder aus. Geht's? Oh, Leute. Steigt mal ein. Steigt mal aus. Ja, geht doch. So, ihr holt euch. Oh, meine Steuerungstaste. Hört mir nicht auf hier. Schlimm. Geil. Genau ein Ding. Ja, nimm dir auf jetzt. Bring ihn weg hier. Das ist doch kacke. Genau ein Sack, weil hier sind keine Säcke mehr drauf, glaube ich. Doch, da sind noch Säcke drauf. Wahoo, ist ja geil. Da ist doch noch ein Sack. Dann sind hier sechs Säcke drauf. Ui, und keine vier, sondern sechs. Perfekt. Oh, jetzt freue ich mich gerade ein bisschen. So, ähm. LF20 darf abrücken. So, als erstes einmal abbauen. Ich brauche mal einmal den Policisten hier. Nein, nicht dich. Dich will ich ja an. Ach, jetzt steht er da, ne? Wer bist du? Komm rüber her. Zu welchem Auto gehörst du zu dem, ne? Ja, den läufst du halt außen rum, du Held. Lauf mal nach dem Weg. Nein, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Was macht ihr da? Keine Ahnung. Achso, der hat einen Besen in der Hand. Ich wollte gerade sagen, wieso kann der das denn nicht? Kommt ihr mal bitte wieder hierher, bitte. Oh, Jungs, Leute. Ach ja, meine lieben Freunde. Was gehen wir hin unterwegs? Das hier sind Helden des Alltags. Geil. Guti. Ist egal, wir lassen das jetzt so. Ein Satz ist abgeschlossen, soll reichen. Gut, meine lieben Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen für diese Folge. Wir sehen uns am, ähm, ja, wenn ich es hinkriege, ähm, heute kommen. Also, äh, ich nehme das am Sonntag auf. Am Sonntag kommt die erste Folge von dieser Aufnahme, am Dienstag die zweite. Und das hier müsste dann jetzt Donnerstag sein. Also sehen wir uns am Samstag wieder, wenn ich aufgenommen habe. Ansonsten werdet ihr es sehen. Guckt einfach rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020